So, als nächstes Kobalium. Für Kobalium müssen wir wieder hierhin, soweit ich das sehe. Und er ist fast nebendran, Wahnsinn. Also normalerweise würde man hier jetzt, wie gesagt, die Unentwicklung von Vula Uso fangen. Ich sag, es gab den DC, hört sich an wie ein Gerücht, aber genauso muss das, musst du das machen, aber es ist seltsam. Also ich kenne das nur, du meinst bei den alten Editionen, gell? Glaube ich. Ja, was war doch mal. So, ich glaube hier ungefähr müssen wir hin. Die Richtung. Da muss Kobalium stehen. So, es könnte hier stehen. Tut's aber nicht. Das heißt, wir gucken nochmal da oben, auf dem Berg. Wir müssen hier überall gucken. Also ich weiß, dass es mal was gab. Genauso mit der NSN, oder wie die heißt. Oder SNN, oder NS Anne. Irgendwie sowas. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Da könnte es noch oben drauf sein. Ne, da wird es nicht drauf sein. Gut, dann muss es da unten sein. In dem Gebiet. So, dann lass mal gucken. Guck, Kobalium suchen wir. Muss hier in der Nähe stehen. Kann hier hinter sein. Alles nix. Na komm, wo bist du? Kobalium. Könnte hier stehen. Hier wäre eine gute Möglichkeit, es hinzustellen. Ist es nicht. Warte. Ich bin schon zu weit gefahren. Ich bin falsch gefahren. Warte. Oh ne, es muss hier sein. Ich bin falsch gefahren. Kannst du machen, Jenny, gerne. Ich bin falsch gefahren. Hier muss es sein. Mutter, dann mal auf dem Berg. Ne, da ist es doch. Sehr schön. Ich bin falsch gefahren. 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 Bis zum nächsten Mal.